na also ohne andere sehr gut die hülle des wehklagens sagte gerade das braucht man nicht so die ganzen quest an vermutlich sind wir dann locker level 80 werden 80 ja 18 gibt du noch den bar fair macht er nicht mehr von den hat man früher so einen kleinen buff bekommen so ein kino da die laufen hier auch schon mit dem account zeug raum ja ja habt nur euer account zeug an habt schon recht was nein mein level ist zu niedrig ich kann den nicht kürzern schade ums leder naja wird wahrscheinlich heraus lauf raus auslaufen dass ich dann irgendwann den berufen ja weg level da haben wir ja schon den ersten boss die lady anaconda ja das ist keine chance böses weib hey nein ich will nicht schlafen ja immer noch so leider war perfekt naja sind leider alle zu hoch im level so jetzt haben wir wenigstens schon mal schultern wo sind sie zack zack da hatten wir ein level ab so da geht schon wieder so schnell vorwärts Schau, der davon läuft mit dem kleinen Dino hier. Das kann nicht im laufenden Kasten, sonst könnte ich ja hier wieder gar nichts machen. Natürlich. Das wollte ich ja nicht gewinnen. Stirb. Böse Droide. Dinnfächer, Makro! Helft mir! So, jetzt sammle ich auch mal so einen komischen Splitter hier ein. Oder dieses Schlangen-Flaum-Gedöns. Ach, die sind einfach da runter. Okay. Soll mal recht sein. So, muss mich mal hier anders hinsetzen. Ach, der verfolgt den Wichtel. Naja. Dann werde ich einen Teufel tun, dich anzugreifen. Dann haust du mich! Ich ahne schon was, dass die hier einfach die Abkürzungen nehmen. Ich hoffe, ich kann trotzdem ein paar Quests hier fertig machen. Ja, haben die Schildkröße gerade getötet. Ich konnte nicht mal draufhauen. Ist ja zu bies. Ja, der ist noch nicht bereit. Dann hauen wir den halt alleine nieder. So. Braucht euch nicht. Dieses Würfel-Ding muss ich hier auch noch abschalten. Oh, da ist schon der nächste. Let's go! So. Hat der ne kleine Hitbox. Ist ja echt schlimm. Level 20 ist der. Uh. Orange für mich, ja. Warum muss mich, dass ich jetzt nicht vorbeischlage. Ein paar Mal. Ich glaube, ich muss den WAW-Sound noch ein bisschen runterdrehen. Der hat nen Dolch mit Beweglichkeit. Hm, wisst ihr was? Den nehm ich mir. Falls denn keiner... Oh, den will echt keiner. Sehr gut. Den will keiner. Nein, 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 nein. So. Sehr gut. Na wunderbar. Sollte ich auch schon ein bisschen mehr Schaden machen. Jetzt halte ich doch mal still. Ja, und so wie es halt üblich ist, wenn man so in einer zufälligen Gruppe drin ist, es wird hier nicht viel gequatscht. Also, jeder zieht so sein Ding durch und ja, das war's eigentlich. Wenn wir so in einer gildenden Gruppe nochmal losgehen, da hauen wir uns ins DS und dann wird halt natürlich allerhand Blödsinn gequatscht. Aber hier bei solchen Gruppen ist das nicht so. So. Ja, stimmt. Spiro. Ja, ich muss mir da diesen Unterbrecher auf die Taste schmeißen. Muss ich halt das immer mit der... Ne. Muss ich erst machen. Geht nicht. So, dann mal den Wolf anstarten, damit ich auch irgendwas mal machen darf. Da hab ich's gesehen. Verfehlt. Hallo? Hallo? Gehen wir halt weiter. Ja, ich bin grad etwas ruhiger. Das ist meistens so bei mir. In Instanzen. So. Eine D-Wertschwinge. So. Gruselkürbis hat die ausgepackt. Wo läuft der Typ hin? So. Da hab ich mal was drauf gemacht. Dann tickt das schon mal runter. So. Brauchen wir alles nicht. Hier hüpfen, weil wenn man hier runter fällt, muss man den ganzen Weg nochmal hier rauf gehen. Das wollen wir ja nicht. So. Das wollen wir ja nicht. So. 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 Höher geht's. Und höher und höher. Da ist schon der nächste Boss. Er hat ihn eh schon gebullt. Der Lord Serventes. Und da hinten ist dann der letzte. Nein. Ich will nicht schlafen. Hör auf. So der Scheiß. Ich will kämpfen. Ja. Mit Fluchen hab ich auch bekommen jetzt. Sehr schön. So. 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 Sachen da! EINN STAB! Brauche ich nicht! So, da hinten kriegt man sowas. Das ist meins, geht weg. So, zwei Instanzen! Hallo? Nehm! Zwei Instanzen hätten wir schon mal gemacht. Das Erz. Brauchen wir nicht. So! Zwei Schlangenflaumen leuchtet ich noch. Hier liegt auch einer. Geweckt da, du! Blutelfe! Das ist meiner. So, jetzt haben wir uns noch die anderen zwei, wie es aussieht. Die sind Lord Kobra und Lord Bytas. Nehmt das Ding! Sehr gut, die zwei noch. Und dann haben wir hier die Quest auch abgeschlossen. Ja, und ich schätze mal mit abgeben, bin ich dann locker Level 19. Und da muss ich mich echt beeilen, dass ich da schnell mal PvP mache. Weil sonst bin ich auch gleich Level 20er und ja. Ich war nicht drin. So. 51 Minuten geht die Aufnahme schon. Wo ist denn der schon da oben? Das gibt's ja nicht. Okay. So. So. Dann geh ich gleich auf ihn. Ich hatte am meisten Leben. Da kann ich länger draufhauen. Oh Gott, ich schlaf schon wieder. Wer auf damit. Guck den zu. Aufhören. Da hat's ihn durch. Das war's nicht mit ihm. Was ist das? Einhandstreitkolben? Mehr DPS als meiner. So, da. Ja, der hat noch sieben. Sehr gut, jetzt haben wir schon zwei 15 Waffen, jetzt machen wir auch ein bisschen mehr hier. Trotzdem laufen sie mir noch da vorne. So, das Schlangen-Ding brauche ich hier keins mehr. Hängen geblieben hier, hey du, bleib da stehen. Ja, bisschen größer sind schon die Zahlen. Stirb, Schlange, stirb. Ja, da loot man gar nicht. Lass wahrscheinlich hier noch nicht fallen. Ich hätte gern irgendwas, was ein bisschen mehr Flächenschaden macht. Das ist gut, dann mach ich's doch so. Ich muss hier nicht nachkommen. Das ist nervig. So. Irgendwas schon. Ja, den... ...letzten schon. Lala! Alle müssen sie sterben! Und zack, Zauber unterbrochen! In your face! Trinkt auch nicht, wenn du jetzt nicht diese Schlange wirst. So. Gut. Muss ich jetzt hier mal orientieren. Davor müssen wir jetzt. Ach, das ist ein Murloc. Hatten wir auch... ...noch. Wow. Ich hab's überlebt. Wahrscheinlich wollen sie den nicht mehr machen, weil da oben sind wir schon vorbeigegangen. Ja, ne? Ist ja auch egal. Ja, so wie hier geht's in den meisten Instanzen. So einfach schnell, schnell und wieder raus. Ja. Was soll's. So, da rauf und dann da rein. Dann haben wir das hier auch schon. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht zu viel aufsteige. Ich würde schon gern noch mit 19 BVB machen. Ach, das kenn ich auch nicht, dass der jetzt davor läuft. Wahrscheinlich wird jetzt eh der Murloc auch gemacht. Keine Ahnung. Ja, ich war schon so ewig lang nicht mehr in diesen ganzen Instanzen herdrehen. Ach, verdammt. Inventar ist voll. Ja, ihr seht, das Problem hier hab ich in jedem Spiel. Ah, ich habe euch erwartet. Wir sehen uns wieder. So. Irgendwas hab ich hier bekommen. Schuhe oder so, oder? Jawohl. Gut. Ich nehme hier gleich die Aufkürzung. Ja. Ja. Haben wir eh schon. Bisschen besseres sein. Da haben wir zwei Grid drauf. Da auch nochmal Grid extra. Das heißt, wir kommen jetzt schon knapp 10%. So. Machen wir jetzt auch schon ein bisschen ein Schaden. Auf die Schlange. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So, die Höhle wurde geläutert. Sehr schön. Mögen euch die Winde leiten. Dann gehen wir zur nächsten Kammer. Und den Wolf starten. Ich seh doch da allein schon am Leben und alles. So. Ja. Haben wir halt gutes Zeug an. Vorher ist zu spät jetzt. Na gut. Ich bin auf der Seite. Ich muss näher ran. Nicht in einem. Hier liegt er. Ich brauche ein Ziel. Moment. So. Zieh dein Ding durch, Tore. Zieh dein Ding durch. Beschützt mich da vor der Seen. Na gut. Beschützt man dich halt. Da kommt schon mal was. Aha. Ich hab schon mal angegriffen. Ja gut. Und zum Denk. Hin sind sie. Wo bleiben die Nächsten? Und zum Denk bringen. Und zum Denk bringen. Au. Was hab ich denn für Hände an. Oh Gott. Weiße. Ach Gott. Nicht immer nur mich. Ich. Nimm die anderen auch mal. Nimm die anderen auch mal. Natürlich ist es voll. Gürtel. Wo sind die Hände? So. Und ein Gürtel. Leg ich auch den an. Abgeben. Hier ist ja eh nichts mehr zum Abgeben. Das heißt raus her. Ja. Ja. Ja.